Wir kriegen einen Gegner, zumindest sehe ich gerade nur einen. Ich sehe auch gerade einen Gegner. Meiner ist bei 330. Und bei... Ich komme kurz zu euch geflogen. Ich war hier gerade beim verfluchten Gebiet. Achso, okay. Okay, bei mir im Haus ist einer. Könnte gerne kommen. Wenn ich eine Waffe bekomme, gerne. Ich kann dir gerne eine geben. Ich habe jetzt gerade auch eine gefunden. Ich frage es, der ist hier auf jeden Fall noch im Haus, aber wo? Ist das... Oh, Leute, steht da AFK rum. Moin. Er soll nicht wegrennen. Ja, moin, aber jetzt lag der sich einfach mal hier raus. Ist der jetzt hier unten? Hä, wo ist der jetzt hin? Ja, moin. Loll, was ist denn? Bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass Armbrust eigentlich voll das perverse Wort ist? Ja, gut. Oder nicht. Jetzt seid mal ehrlich. Ja. Das ist mir ehrlich. Geht, ne? Das kommt auf den Charakter an, wie man denkt. Ich finde, das ist ein perverses Wort. Moin. Und ich kann hier einfach diese, diese, diese Stadion-Teile zweimal abbauen, man kennt's. Ja, ich hab'n... Ich hab'n hinter dir liegt. Bartu, kannst du bitte anständig ins Mikrofon sprechen, dass wir dich auch alle verstehen können? Das wär' ganz nice. Danke. Kann er uns denn jetzt wieder hören? Ja. Ja, er kann's hören, er kann's hören. Ah, okay. Ah, tschak, tschak. Das ist der Drohle von wegen Mikrofon rotet, nicht mehr da. Oh, nice. Ist hier direkt oben auf dem Dach, kann sich einer nehmen. Okay, den mach' ich dann wahrscheinlich. Mhm. Ja, gut, dann geh' ich mal kurz zum verfluchten Gebiet und hör' mir da ein bisschen Munition und so. Okay. Lecker. Hast du einen Armust? Hello? Will jemand einen Sniper? Ja, gerne. Dieses Geräusch hat mich grad'n bisschen verwundert. Dieses fette... Meinst du? Ja. Klingt, als wär's im Haus gewesen, aber hier ist nichts. Vielleicht ist grad da hinten so'n Ding ist gespawnt da. So'n Zombie-Spawner. Ah, hier ist einer. Hi, Zombie? Ja, so'n Zombie-Spawner. Achso. Wow, bei mir hier. So'n bisschen Muni hab' ich auf jeden Fall gegönnt. Hi, Mösti, Moin. Findest du nicht auch, dass Armbrust vor das perverse Wort ist? Das wird einfach zum Thema des Streams. Ja. Ja. Ich mach mal nach, man hat halt ne Brust im Arm, ne? Sehr gut. Schon. Oh Gott, die droppen irgendwie... Ich verbrauche viel mehr Muni, als die mir das zurückgeben, ey. Hat sich jetzt irgendwie nen Chak-Chak gegönnt? Oh, ja, ich... Oh, da ist noch einer. Ja, lecker. Ist aber einer. Oh, du hast ein Auto, nice. Oh Gott. Es kommen ein paar Zufide hier. Der Heilbrot-Mann ist nämlich noch mit. So. So haben wir den Spawner zerstören? Ich weiß nicht. Ije. Ja, okay, dann... Angriff auf den Spawner, würde ich sagen. Das war's für der Komplett. Und weg. Lull, noch nen Chak-Chak. Ja, lecker. Und ich... Ja, Moin, die gehen auch. Okay, ich geh mir ganz kurz mal den... Äh, ein Chak-Chak hier. Wenn ich grad'n gekriegt habe. Ach, Moin. Wenn man sich drüber nachdenkt, schon. Ich wusste es. Hat jemand noch Kleinmaschinenpistole oder so was? Äh, ja klar. Kleinmaschinenpistole, Moin, meine ich. Äh, ja, kann ich dir geben. Äh, nein. 360, reicht das? Ja, klar. Äh, nee, ist zu wenig. Das reicht für's ganze Match, erst mal. Ich glaube, ich würd ragen, wenn wir gleich wieder desziehen würden. Oh, ja. Dann würde ich einfach das Spiel in die Ecke werfen. Gold, ne Heavy, ne V. Ja. Da fehlt mir die Papmonie, die man kennst. Äh, ich hab Papmonie. Oh, nice. Dann leg mal irgendwo hin, wissen. Danke. Ja, geil. Wir wissen. Äh, zur Hohne kommt. Ich hab'n Taschenbrust. Ah. Kommt leider zu mir. Moin. Schnell weg, hier. Der Auto kriegt erst mal Scharen. Wollen wir nach Töten wissen? Oder ja, ne, wir wissen eh woanders sind. Nach Shifty vielleicht? Ist mir egal. Ja. Shifty, oder? Äh, ja. Hier fährt's immer mit dem Auto lang? Achso, das ist Warte. Das wenn nicht, ist nicht. Ja, moin. Okay, gut. Ja, wie Kai schon den Stream beenden wollte. Ich soll ganz schnell schreibe, so. Nein. Ich kann noch. Okay, hier ist ein Spawner. Was ist denn? Lol. Ich glaub, hier ist grad ein Gegner. Direkt nach uns vorbeigeflogen, Bartu. Lol. Lol. Ja, ich glaub schon wieder. Die schwere Sniper ist doch dafür da, dass man alles onehitten kann, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt damit einfach mal auf so'n scheiß Spawner drauf? Das wird nicht gewonnen. Ach, schade. Na, ich glaub nicht, dass man one-shot ist. Ach, nee. Das wär jetzt auch so schön. Ja, hier sind welche. Ich bin welche. Ich mach aber 33 Schaden, das ist schon nice. Gegner oder Zombie-Gegner? Äh, beides. Ach. Super. Das war eine Erleichterung. Hab ihn. Cool. Ja. Ähm. Was ist los? Ich frag mich grad, wo die Schüsse herkommen. Die, ähm, Sturmgewehrschüsse kamen von mir. Bei mir ist noch ein Gegner. Ich komme. Oh. Bist du ja voll weit weg, was ist los bei dir? Hatte wohl keinen Bock mehr auf uns. Hm. Ich hab irgendwie null Holz gefarmt. Oh, diese Geräusche, dieses, ja, moin. Miratsch, das freut mich, Alter. Vielen Dank, Prodinius. Hinter dir ist ein Zombie-Gegner. Gibt mir egal. Der will aufgestreckt. Okay, lass mal schon mal hochbauen. Oder hat jemand von euch noch ein vor, äh, hier, Taschen-Riss? Ich nicht. Das ist die erste Runde, in der ich nur ein 1-Ding hatte. Oh, ein Jagdgewehr. Ich brauch noch ein Jagdgewehr-Kilf, um endlich woche 1 abzuschließen. Oder 2. Ich glaub, 1. Okay, da kommt schon mal mit. Ja. Ich baue schon mal hier die Treppe hoch am Wasser. Hm. Jetzt kommen sie, die Zombies, die machen die Treppe so unten kaputt. Wir fallen halt runter. Ja, wenn, wär ja egal. Wegen dem Kleider. Wir können eh fliegen. Ja, das wär schade. Mulm. Oh, da fliegen Gegner. Da sind Gegner direkt vor mir, direkt vor mir. Ja, ich seh's, ich seh's. Das ist einer. Ne, 2, 1. Das ist noch weiter links. Hab zwei Hits. Scheiß. Okay. Wo ist der andere? Tot. Hauen sie rein. So, direkt erstmal Blue-Life hier auffüllen bei den Zombies. Was los da? Ja. Mulm. Ach, die. Äh, Sniper-Schuss kam von wo? Äh, ich hab Jagdgewehr-Schuss. Ach so, okay. Ich wollte gucken, ob ich ihm eben Schaden der beim Zombie macht. Oder generell. Ich glaub, ich bin Spawner. Oh, Taschenriss? Nice. Ja, lecker. Weg hier. Oh, fuck, ja, stimmt. Weg hier. Ah. Ich dachte schon. Ich hab dann Lagerfeuer. Vor allem, da war noch eine blaue Pamm, äh, taktische Alter. Oh je. Das war's wieder komplett. Da so ein Gegner bei den Ruhm. Die müssen aber weg. Die müssen weg. Die fliegen gerade weg. Unter mir. Unter mir ist einer. Faitl hat sich ein bisschen verhindert. Ah, das sind sogar zwei. Das sind sogar zwei. Laufen gerade hier. Da würde ich sagen, kommt mal zu mir hinten, dann killen wir die von hier, wenn die vorbeikommen. Äh. Und wir können das mal alle in Lagerfeuer bringen. Ich hab genug Leben. Ja, erstmal. Natürlich spawnt halt so einen scheiß Spawner. Das sind einfach zwei hier aufgetaucht, ey. Boah, Lex. Lex. Ja, mir Lex auch die ganze Zeit. Ja. Wenn du halt nicht die Seas, Lex halt. Ich mach' ne Spawner. Schüsse von Westen. Gegner. Okay. Hab' grad'n Spawner zerstört. Ist auch noch einer, ey. Was ist denn los heute? Okay, einer ist tot. Oder genau. Yes. Ja, bei mir ist noch einer. Bei mir ist auch gerade einer. Ja, der hat mich aber jetzt. Er lebt gerade nach. Hör auf. Boah, wie ist der gerade leckt, Alter. Okay, Alter. Wirklich. Aber nice. Es sind zu viele Zombies. Es sind zu viele Zombies, Mann. Das müssen die einfach... Das müssen die nerven, Alter. Ja, es sollen nicht so viele spawnen. Das wäre so... Oder zumindest sollen nicht so viele... auf einmal spawnen. Das ist richtig schlimm, ey. Am Ende ist das halt ganz schlimm. Ah, auf jeden Fall. Ja, ich hab' mir... Oh, nice. Ich komm' ja... Ja, moin. Ich mach' ganz kurz mal'n Schak-Schak-Rallen. Was hat der Typ denn grad' für'n Problem gehabt? Er kommt hier so rein. Ja, moin. Im Endgame ist die Zone kleiner und dann kommen immer mehr. Das fackt ab. Ja. Oh mein Gott, Kübe ist mir einfach über meinen Kopf entlang. Tschüss. Ja, ich hab's gesehen. Von wem? Ja, nicht von mir. Ah, da bei... Äh, N-O-N. N? Vom Turm? Auf dem Haus. Andere Seite. Ja, hier, in meiner Richtung. Hä? Ja, Kai, guck mal bei... Ja, knapp 30 aus dem Haus, wo es da... Da, wo das Dach kaputt ist, da drin ist der gerade. Sagt mir halt immer noch nichts. Ah, Papa. Da, wo grad' die Granaten explodieren. Seh' ich nichts. Läuft doch einer. Aber da scheine, bei der Scheune sind noch welche. Das sind auch noch welche? Okay, komm, rechts von uns. Ich hab' einen, ich hab' einen, aber wir müssen hier weg. Er hat Sniper-Hit. Weg hier. Er ist komplett One-Shot. Ja, da ist er. Das Lama's One-Shot. Drei Hits? Hier ist noch ein Nosekin, bei mir. Hattet ihr die Select gerade? Nein, das ist ein Lama. Es ist so schlimm gerade. Es ist einfach so schlimm. Da. Okay, weg hier, weg, weg. Das ist Leck, so krass ist ein Fall nicht mal. Da, hier sind viele Zombies. No, hier ist noch viel mehr. Hier ist noch viel mehr, ey. Was ist denn hier los? Mir fällt keinem, ob das noch drei Gegner leben, ne? Die letzten drei. Ja, einer ist bei mir. Ja, Moim. Ja, wir fliegen nicht alle wieder raus, ich schwör's. Ja, safe. Ja, im Endgame. Ein Gegner lebt nur noch, wir fliegen raus, safe. So, wo ist der Typ? Oh, direkt vor mir. Okay, der ist down. Hab' ihn gefinished. Wo sind die anderen? Ah, da oben ist noch einer. Da läuft einer oben. Oh je. Ja, fick' ihn geil. Fuck, ich bin gleich tot, Alter. Der Letzteren vor uns rum. Ja, Moim. Ja, direkt da unten, direkt da unten, ja. Ey, sollen wir so machen, dass er von den Zombies gekillt wird? Hab' ihn einmal mit der Heavy getroffen. Ich hab' ihn einmal mit Schuss getroffen. Ja, der ist down, der kann ich's dann machen. Was hat denn? Wie wird die Ziele suchen? Wie darfst die Zombies befolgen, sogar? Mulm. Tja, jeder will ihn halt killen, ne? Jeder will, dass wir gewinnen, ja. Aber dieser... Nausgehen. Er hat der gerade echt weg, Alter. Ja. Ja. Er will halt in die Saunen. Er macht das genauso wie ich. Ja, undgachbar. Ja, Mulm. Ein Brutz. Der hat sich ja doch noch gelohnt, dass ich noch gekommen bin. Mulm. Ja, cool. calculating Säunen. Säunen. Der. Das wäre zu. Was concert das?